Verwendung der Erträge von Swisslos. Heute am Beispiel des Lotteriefonds des Kantons Aargau. Mein Name ist Andreas Fleck, ich bin künstlerischer Leiter am Künstlerhaus Boswil und verantworte auch die Meisterkonzerte. Am Künstlerhaus Boswil finden das ganze Jahr Aktivitäten in Sachen Musik statt, Konzerte, Kurse und das Filetstück aller Konzerte sind die Meisterkonzerte. Hier treten Künstler auf, die man normalerweise nicht auf dem Lande antrifft, sondern in den großen Konzerthäusern der Welt. Und hier in kleinen Boswil, in dieser schönen Kirche, begegnen sich Publikum und Musiker auf ganz nahe Weise. Heute Abend beispielsweise hören wir Mozart neben Jazz. Die Musiker sind der Geiger Benjamin Schmid aus Wien und das Ensemble Charts aus dem Aargau. Die Unterstützung durch Swisslos hilft uns Weltklasse hier auf dem Lande zugänglich zu machen. Die Lotto-Zier